Osterbotschaft Osterbotschaft Christus, Licht, der Welt Gott sei ewig Dank Christus, Licht, der Welt Gott sei ewig Dank Christus, Licht, der Welt Gott sei ewig Dank Gott sei ewig Dank Der Herr ist doch verstanden, Halleluja 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 Lasst uns miteinander beten Gott, Du bist unser Grund und Halleluja Bei Dir können wir uns fallen lassen Du fehlst uns auf Furcht, Angst, Entsetzen haben uns oft krumm und blind und stumm gemacht Lehnlos und wie tot Bei Dir erfahren wir, die Todesstahne weicht und Leben regt sie Du Gott bist Grund und Heil Und gibt uns mitten im Tod das Leben durch Jesus Christus an So hört nun das Brust der Evangelium Aufgeschrieben bei Evangelisten Johannes, Halleluja 20 Maria stand außen vor dem Grab und weinte Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein Und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen Einen zur Rüte und den anderen zu den Füßen Wo der Leichnam Jesu gelegen hatte Und sie sprachen zu ihr Frau, was meinst du? Sie spricht zu ihnen Sie haben meinen Herrn weggenommen Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben Und als sie das sagte, wandte sie sich um Und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist Spricht Jesus zu ihr Frau, was meinst du? Wen suchst du? Sie meint es seiner Gärtner und spricht zu ihnen Herr, hast du ihn weggenommen getragen? So sage er mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen Spricht Jesus zu ihr Maria Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch Radbui, das heißt Meister Spricht Jesus zu ihr Rühre mich hier nicht an Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater Zu meinem Gott und eurem Gott Maria Magdalena geht und verkündigt die Jünger Ich habe den Herrn gesehen Und was er zu ihr gesagt habe Halleluja Amen So lasst uns miteinander Gott lopen und preisen Mit dem Bekenntnis unseres Glaubens Ich glaube an Gott, den Vater Den Ermächtigen, den Schöpfer des Zittels und der Erde Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unser Herr Empfangen durch den Heiligen Geist Geboren von der Jünger vor Maria Geritten unter Pontius Pilatus Gekreuzigt, gestorben und begraben Hineggespielt in das Reich des Todes Am dritten Tage aufgerstanden von den Toten Aufgefahren in den Himmel Er sitzt zur Rechten Gottes Des allmächtigen Vaters Von dort wird er kommen Zu richten die Lebenden und die Toten Ich glaube an den Heiligen Geist Die heilige christliche Kirche Gemeinschaft der Heiligen Vergebung der Sünden Auferstehen der Toten Und das liebige Leben Amen Ich glaube an den Heiligen Geist 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 Wir wollen alle fröhlich sein in dieser müsterlichen Zeit, denn unser Heil hat uns geweiht. Alleluia, 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 wir wollen sein Christus Gott. Es ist der Schalt, denn Jesus Christ, der an dem Kreuz gesprungen ist, die Seier, der so wahr ist. Alleluia, 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 gelohnt sein Christus Gott. Alleluia, 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 gelohnt sein Christus Gott. Alleluia, 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 Alleluia feiern. Nicht nur drumherum, sondern in uns. Die Gnade unseres Herrn, Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Oh, jetzt muss ich das erst bei der Gemeinde doch noch zusammenbauen. Es ist so wie im Badezimmer manchmal, dass das Gerät nicht gleich so funktioniert. Liebe Gemeinde, aber so, nun geht es los. Tja, doch, Sie sind hier richtig. Ich bin immer noch in der Kirche und wir sind immer noch im Osternartist. Ich bin nicht beim Friseur, geht ja auch in diesen Zeiten, gar nicht wegen Corona. Ich bin auch jetzt nicht im Badezimmer. Es ist richtig, ich bin immer noch in der Kirche. Nur, diese Dinge habe ich nicht mitgenommen. Ostern haben das ja die Form mitgenommen, Öle, wohlduftende Gewässer, also ich habe keine Öle mit, keine Krebs, kein Grasierwasser mit. Habe ich alles nicht dabei, aber dieses Ding habe ich nur mitbeacht. Am Ostermorgen sind Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, sowie Salome mit wohlrichtendem Ölen losgegangen zum Friedhof. Sie wollten den gekreuzigten und verstorbenen Jesus Salome. Das hatte damals eine sehr, sehr große Tradition. Die Sterbe und sogar dann auch die Toten Salome. Einfach dem Toten etwas Gutes tun. Was für eine Aktion am Morgen. Ich fette mir mal um zum Kirchentag vor vielen, vielen Jahren. Da bin ich mit einem Bus voller junger Menschen auf dem Kirchentag in Münzen gewesen. Leider waren die Duschen defekt. Somit gab es Katzenwischen in einer kleinen Toilette über ein ganz kleines Verschwecken. Und da stand ich dann auch natürlich mit meinem Rasierer. Übrigens, die Schlange stehen für die morgendliche Toilette, das war bei diesem Kirchentag dann üblich. Und beim Rasieren kam es dann auch zum Gespräch. Na Joks, wo geht es denn heute hin auf dem Kirchentag? Wir machen Action, Herr S2. Wir suchen Action. Konzert mit einer Hauptgruppe für euch. Ich habe da sowas gelesen. Ja, habe ich gedacht, stimmt. Für die Jugendlichen gibt es so auch einen juglichen Kirchentagsbereich mit unheimlich vielen Aktionen oder wie die Jugendlichen sagen, mit ganz viel Action. Und Sie, Herr Westphal? Auch wisst ihr, ich gehe zu einer Veranstaltung, da geht es so um ganz kleine Gottesdienste für Sterbende und für Kranke, so mit Öl und Salben, obwohl das hier so ein bisschen katholisch klingt. Aber vielleicht kann man sich von den Katholiken oder damals vielleicht von der Tradition da am österreichischen Mord vielleicht doch was anschauen. Oh Mann, Kirche! Immer wieder sterben und tot, höre ich ein für ein bisschen. Du, ich kann dich gut verstehen. Ihr sucht das Leben. Ihr sucht die Action, wie ihr das so sagt. Von einem Toten kann niemand etwas Lebendiges erlangen. Aber vielleicht ein Toter von einem Lebendigen. Wisst ihr, mit Tod ist es vielleicht so wie mit dem Rasieren und wie im richtigen Leben. Plötzlich ist der Bart ab. Wenn der Bart ab ist, dann passiert nichts mehr. Ich hatte einen Kommiliton, einen Mitstudent in Berlin, der hatte einen Bart. Ich habe nicht vorhin einen starken Bartwuchs, aber der hatte einen richtig schönen Bart. Eines Tages machten wir beide einen Ausflug, saßen in dem schönen Doppeldeckerbus in Richtung Kudamm. Ich schaute ihn an und dachte, Mensch, das ist heute irgendwie anders aus. Und irgendwie sah auch anders aus. Plötzlich rief ich, ey, wo ist denn dein Bart? In diesem Moment benahm er sich rechtlich wie in einer Comedy-Sendung. Er schaute unter seinen Platz und erwiderte, du, den habe ich irgendwie verloren. Ach, sagte ich, ist ja nicht schlimm und wir beide lachen. Der kann ja wieder wachsen. Wir verlieren das Leben. Der sogenannte Bart ist ab, wie man auch so sprichwörtlich sagt. Aber neues Leben kann wachsen. Mein Großvater hatte immer Bäume vernehmt und er hat mir das als Summe gezeichnet. Da hat er vom Äste von einem Baum abgeschnitten und an einer Schnittstelle eines kleinen, unschreibbaren Bäumchens, ja ihren Stöckchens, hat er dann die Schnittstelle des Bäumchens mit dem Ast, den abgeschnittenen Ast, verbunden. Und dann kam neues Leben. Das Bäumchen, der Stöckchen wurde dann zu einem Baum voller Leben, voller Blüte und voller Früchte. Da ist etwas abgeschnitten. Da ist Leben verloren gegangen. Da ist eben kein Leben. Und plötzlich wird neues Leben und es wächst und gedeiht. Du kennst das. Da ist alles so tot, so leer, so sinnlos. Ein glücklicher Luft. Da gibt es noch die toten Hosen. Aber das sind ganz tolle, irgendwie die Jungs. Aber trotzdem will ich nicht, dass alles tote Hose ist, sagte dieser Jungs. Genau steht ihm will ich. Action. Jeder Mensch hat Zins und macht Leben. Leben geht und neues Leben kommt. Übrigens, Jungs, das ist Ostern. Leben geht verloren. Leben ereignet sich wieder, weil Gott da ist. Die Ostergeschichte erzählt davon, nämlich von dem neuen Leben, wenn sozusagen der Bart ab ist. Oder wenn alles, wie ihr immer so sagt, alles tote Hose ist. Einer der Jugendlichen. Jetzt kommt bestimmt die Aufgestehung. Und ein Lachen geht über sein Gesicht. Ich sagte, hey, komisch, ne? Als es um tote Hose und der Bart es abging, waren deine Gesichtszüge ganz anders. Aber als du selbst auf Verstehung gesagt hast, durchfuhr dein Gesicht plötzlich ein Lachen. Du weißt doch, ich glaube, genau das ist es. Neues Leben, wenn es aufgibt, dann strahlt das Leben so, wie dein Gesicht geht. Aber so habe ich das doch gar nicht gemeint. Sondern er sollte mein Lachen sich wieder signalisieren, dass das bitte aufgersteht und irgendwie antifatiert ist. Aber, und auf dieses Aber kommt es an. Aber allein der Gedanke überliegt doch mal. Da ist einer, der mir das ewige Leben schenkt. Einer, der schenkt mir Leben. Ob unmöglich oder unmöglich. Jesus hat gerade gesagt, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt, der vertraut. Ich stehe immer wieder morgens auf. Gut, dusche, putze, zähne, rasiere mich. Immer im Vertrauen, dass Gott mir Leben schenkt an diesen Tag und darüber hinaus. Es ist kaum zu glauben. Da gehen am Ostermorgen zwei Frauen zum Rat mit wohnlichem Öl, um einem Toten Jesus zu sein. Und sie erleben den auferstandenen Christus. Kaum zu glauben. Damals wie heute. Und wenn jemand fragt, was hat der Pastor denn heute Morgen im Gottesdienst gemacht oder erzählt? Dann antwortet doch einfach mit einem strahlenden Lächeln. Der hat sich auf der Kanzel rasiert. Dann wirst du vielleicht folgende Antwort erinnern. Glaub ich nicht. Aber dennoch ist es wahr. Auch wenn es kaum zu glauben ist. Und so gingen die Frauen vom Friedhof herunter und erzählten den Jüngern. Der Herr ist auferstanden. Kaum zu glauben. Aber er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Lasst uns bitte dann da singen. Wenn Sie das Gesang gut erraten haben, aber vielleicht kennen Sie Halleluja. Das Halleluja-Lied auch auswendig. Es steht 182 im Lied 182. Es steht 182 im Lied. Es steht 182 im Lied 182 im Lied 182 im Lied 182. Halleluja, 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 Halleluja. Wollt euch, ihr wisst, der Verstand ist der Herr, er lebt und wir sollen leben. Not, Angst und Tod, an uns nicht muss liegen mehr, Gott hat den Sieg uns gegeben. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Aber den will ich nicht stellen, darum bitte ich dich Gott, gib mir Kraft für mein Leben. Die Tür zum Leben ist offen und ich gehe hinaus. Christus ist auferstanden in mein Leben hinein. Täglich zeigt er mir seine Funktionalität und lege mich ein, sie zu berühren. Darum bitte ich dich, öffne mir die Sinne, dass ich begreife, wo Christus sich zeigt. Die Redenstür öffnet sich und ich gehe hinaus. Ich möchte da draußen so sein, wie der Apostel Thomas. Ich will meinen Glauben immer wieder überprüfen, die richtigen Fragen stellen und dann genau hinsehen. Ich denke auch an die, die den Glauben nicht finden und verloren haben. Darum bitte ich dich, lass mich verstehen, dass dies alles auch meine Geschwister sind. Du, Gott, öffnest die Tür zum Leben und ich gehe hinaus. Werde ich glücklich sein? Ist das so einfach, was ist mit denen, die wirklich unglücklich sind, krank oder einsam? Darum bitte ich dich, lass mich nicht krisisieren, sondern erkennen, wo ich selbst gefreut bin. Bevor ich zur Tür hinaus gehe, bete ich, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wir leben, so auf Erden. Unser tägliches Brot bieb uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schulden. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dann ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit ein. Und so geht es hin, im Frieden und im Segen des Herrn. Der Herr sehne dich und behüte dich. Der Herr, lass er leuchten, sein Angesicht über dir und sei jetzt nehmig. Der Herr lebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden ein. Es war schön mit Ihnen diese Minuten zu erleben, mit Ihnen zu wohnen unter Gottes Wort. Ein Abschluss, Frieden. La, 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 la... La 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 la, la 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 la. La, 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 la. Wo die Liebe kommt, hütt das Leben noch. Aufgrund wächst in Tritt, Träume werden wahr. Denn wo die Liebe kommt, hütt das Leben noch. Wo die Liebe kommt, hütt das Leben noch.